Welcher Fußballer bin ich? Ich bin im Jahr 2002 geboren und bin somit heute 21 Jahre alt. Ich bin in München geboren, mein Papa kommt aber aus Nigeria und meine Mama aus Rumänien und somit habe ich die nigerianische und die deutsche Staatsbürgerschaft. Mit der deutschen U21-Nationalmannschaft wurde ich 2021 Europameister. In der Jugend habe ich unter anderem beim FC Bayern München gespielt. Für die, die es noch nicht wissen, kleiner Tipp, ich habe im Februar 2023 einen Bundesliga-Rekord aufgestellt und zwar die Höchstgeschwindigkeit von 36,7 kmh. Habt ihr eine Ahnung? Dann schreibt den Spieler unten in die Kommentare oder markiert ihn, dann seht ihr es ja vielleicht selbst und kann kommentieren.